Mensch Leute, Mammutbäumfreunde, ihr glaubt gar nicht was wir hier gerade gefunden haben. Wolfgang, Tina, ich, Ute und unser kleiner Louis noch mit dazu, naja der wird es wohl nicht ganz mitgekriegt haben, eine Ansammlung von Mammutbäumen mitten im Wald, tief verschneit, wunderschön anzugucken. Also wir haben gezählt, wir sind weit bei über 20 gewesen. Da schaut euch das mal an. Ihr könnt mit live dabei sein, wie wir das da hinne heute findet, filmet. Wahnsinn, also so bei 22 rum habe ich aufgehört, 23 rum, Zugader zwischen, BM. Gucken wir mal hier rum, schön, hier gegen das Licht. Da kommt man hier hoch, Mainstadt, Landgut Burg und läuft ein Stück weit in der Wald rein und findet so eine Ansammlung. Wunderschön. 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 Wunderschön.